Ich darf Sie herzlich willkommen heißen, meine Damen und Herren, hier aus unserer schnuckeligen Kochecke bei SAP TV, zur ersten Ausgabe von Schneller Kochen, Zeitsparen. In unserer Gesellschaft muss alles schnell gehen, wir leben in einer schnelllebigen Zeit und deshalb werden wir Ihnen nur Gerichte präsentieren, die schneller zuzubereiten sind, als Sie unsere Beiträge überhaupt downloaden können. Viele von Ihnen zu Hause glauben, Brot zu backen sei schwer oder gar zeitaufwendig. Dem ist nicht so, sonst würden Sie unsere Bäcker auch nicht zusammenbringen. Alles, was Sie dafür benötigen, sind 20 Sekunden Zeit, ein wenig Mehl, Wasser und Eier und schon geht's los. Die Zutaten haben wir beisammen, die Zeit läuft und damit es nicht so lange dauert, haben wir schon ein fertiges Brot hier bei uns und vorbereitet. So schaut's dann im Endeffekt aus.